Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schnellstbildliche Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, so ist unser ambitionierter Titel unserer Debatte. Dabei muss man festhalten, dass die demokratischen Strukturen seit Jahren abgebaut worden sind. Und jetzt man an einem Punkt angelangt ist, an dem wir tatsächlich nicht mehr zurückhaltend sein können. Nennen wir es beim Namen. Venezuela ist ein autoritäres Regime. Venezuela ist eine Diktatur mit einer korrupten Führungsebene, in der Menschenrechte seit Jahren mit Füßen getreten werden. Das Land steckt in einer humanitären Krise. Nicht mal die Grundnahrungsmittel sind in ausreichender Menge für die Bevölkerung verfügbar. In Krankenhäusern reichen grundlegende Medikamente nicht. Wurde alles auch hier schon dargestellt. Dass Vertreter der Fraktion Die Linke das alles hier mit billiger Ablenkung einfach beiseite wischen, die illegitime Führung des Landes verteidigen und das legitime Aufbegehren der Opposition als Putschversuch deklarieren, den, und so darf ich Frau Dagdelen zitieren, den jeder aufrechte Demokrat verurteilen müsste, ist für mich tatsächlich eine Verhöhnung von 30 Millionen Menschen in Venezuela. Das ist für mich ein Skandal und zeigt, dass Sie in Ihrer eigenen sozialistischen Vergangenheit immer noch gefangen sind. Dass Nichtregierungsorganisationen von Justizwillkür vielen politischen Gefangenen und außergerichtlichen Hinrichtungen berichtigen, interessiert sie halt nicht. In der heutigen Presse ist eine Sozialarbeiterin zitiert, die berichtet, jeder von uns hat einen Freund, der im Gefängnis sitzt oder schon mal misshandelt wurde. Weiter heißt es, man sieht die Unterernährung auf den Straßen und auch Menschen, die sich aus Mülleimern ernähren. Das ist für Sie sozusagen alles legitim. Somit ist natürlich verständlich, dass mehr als drei Millionen und manche sagen bis zu fünf Millionen dem Land bereits den Rücken gekehrt haben, 300.000 sogar den Weg nach Europa beschritten. Dabei, und das haben wir auch hier schon gehört, ist Venezuela eigentlich ein reiches Land. Es ist jedoch in der Geschichte tatsächlich nie gelungen, die breite Bevölkerung richtig daran teilhaben zu lassen. Aber es ist jetzt notwendig, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und Parlamentspräsident Juan Guaido hat die Opposition geeint. Das ist schon mal ein erster wichtiger Meilenstein gewesen und es ist nun ein Plan vorgelegt, der meines Erachtens und meines Wissens auch am Schluss Neuwahlen mit beinhaltet. Und da darf ich auch nochmal anmerken, dass das, was natürlich in der Diskussion immer als Opposition bezeichnet wird, das sind die Abgeordneten der Nationalversammlung, die 2015 bei den letzten Wahlen unter schwierigsten Bedingungen eine überwältigende Mehrheit eingefahren haben und somit tatsächlich legitim die Mehrheit des venezuelanischen Volkes repräsentieren. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist, hier darzustellen. Die Position der Bundesregierung, die der Außenminister hier auch vorgetragen hat, und der Europäer ist richtig. Und da bin ich mir sicher, dass die auch von der Mehrheit dieses Hauses unterstützt wird. Dass die AfD, Herr Ampel, hier Sand ins Getriebe streuen und lieber ihren russischen Freunden zuarbeiten, spricht für sich. Und das Vorgehen der USA ist bisher mit den Sanktionen und alles, was sozusagen bisher gemacht wurde, meines Erachtens richtig und angemessen. Und niemand betrachtet die Situation schwarz-weiß. Es muss jetzt und sicherlich auch in Zukunft Handelspartner geben. Das ist auch, wie ich meine, legitim. An den heutigen Meldungen sieht man, dass doch etwas Dynamik in den Prozess kommt. Allerdings hat man von dem Herrn Maduro schon oft gesehen, dass es eben letztendlich um Zeitgewinn und Ablenkung geht. Und wenn er davon spricht, Wahlen anzuberaumen und damit aber eine Neuwahl des Parlaments meint und keine Präsidentenwahlen, so ist das leider eine von vielen Nebelkerzen, die uns hier nicht weiterbringen. Die nächsten Tage werden wir sehen, wie das weiter verläuft, ob das Regime auf die Sanktionen und auf den internationalen Druck reagiert. In jedem Fall ist es wichtig, wenn der Machtübergang gelingt, dass wir tatsächlich die jetzigen Maduro-Anhänger und auch die Chavisten mitnehmen. Das ist eine große Herausforderung. Ich denke, die angekündigte Amnestie wäre hier ein erster Schritt. In jedem Fall ist es für die Bevölkerung in Venezuela noch ein langer Weg, den wir als CDU-CSU-Fraktion unterstützen werden. Bei allen Unwägbarkeiten ist es gewiss, und das wurde ja auch schon gesagt, sowohl der Sozialismus des 20. Jahrhunderts als auch der Sozialismus des 21. Jahrhunderts sind gescheitert, haben nur Elend über die Menschen gebracht. Das sollten alle Fraktionen in dem Haus endlich begreifen. Herzlichen Dank. Wenn wir über Ordnung reden, sollten wir uns an die Ordnung halten, Herr Kollege. Sie haben Ihre Redezeit um fast eine Minute überschritten. Als Nächster spricht zu uns der Kollege Dr. Sascha Rabe, SPD-Fraktion.